Kunibat Gengsichen war ein deutscher Schauspieler und Theaterregisseur. Biografie Nach dem Abitur am Fichte-Gymnasium in Berlin begann Gengsichen zunächst ein Musikstudium am Sternschenk-Konservatorium in Berlin und nahm absolvierte, schließlich von 1929 bis 1931 eine Schauspielausbildung an der dortigen Max-Reinhard-Schule. 1931 gab er sein Bühn-Debut als Franz Mohr im neu eröffneten Naturtheater Friedrichshagen. Es folgten Theater-Engagements in Görlitz-Baden-Baden am Bayerischen Staatstheater München in Berlin, Potsdam, Straßburg, Wien, Stuttgart, Darmstadt und Kassel. Ab 1940 übernahm Gengsichen bei Bühneninszenierungen auch die Regie. Er verkörperte zahlreiche klassischen Bühnenrollen wie den Mordheimer aus Schillers Maria Stuart Büchners Wojtzeck, dener aus Shakespeare's König Lier oder den Josef K. aus Kafkas Schloss. Seit 1937 wirkte Gengsichen auch in Filmproduktionen mit. Er spielte den Kapellmeister in der Joe Stöckel-Komödie Soweit geht die Liebe nicht. Lord Francis Douglas in Louis Trenkers der Berge ruft den Staatsanwalt in Werner Klinglers Drama aus dem Tagebuch eines Frauenarztes und trat in Produktionen der unterschiedlichsten Genres auf wie in William Dieterles Science-Fiction Zweiteiler Herr in der Welt, im Kriminalfilm Freddy und die Melodie der Nacht in Literaturverfilmungen wie Die Ehe des Herrn Mississippi nach Friedrich Dürrenmatt, in Kriegsdramen wie Jürgen Rolands Der Transport, aber auch im nationalsozialistischen Propagandafilm Die Rothschilds nach Mirko Jellow sich. Mehrfach war er an der Seite Heinz Rühlmanns zu sehen, in der eiserne Gustav der Jugendrichter sowie als Flugschüler in Quax der Bruchpilot. Für Oswald Dörpkes Fernsehspiel Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett adaptierte er zudem als Drehbuchautor das gleichnamige Werk von Fyodor, Michalowitsch Dostoyevsky. Daneben übernam Gengsichen Gastrollen in Serien und Reihen wie Tator, Derrick der Alte, Waldhaus, das Kriminalmuseum, Die fünfte Kolonne und Raumpatrouille. Darüber hinaus war der Mime seit 1929 als Sprecher für Hörfunksendungen tätig und lieh als Synchronsprecher seine Stimme Schauspielkollegen wie Edmund Gewinn und Dean Jagger. Gengsichen starb an seinem 84. Geburtstag und wurde auf dem Münchner Westfriedhof beerdigt. Filmografie 1937 Soweit geht die Liebe nicht 1937 Der Bergruf 1938 Dreiklang 1940 Die Rothschilds 1941 Über alles in der Welt 1941 Quacks der Bruchpilot 1958 Der eiserne Gustav 1959 Aus dem Tagebuch eines Frauenarztes 1960 Der Jugendrichter 1960 Herrin der Welt 1960 Freddy und die Melodie der Nacht 1960 Sabine und die 100 Männer 1961 Zu jung für die Liebe 1961 Die Ehe des Herrn Mississippi 1961 Immer Ärger mit dem Bett 1961 Unter Ausschluss der Öffentlichkeit 1961 Der Transport 1962 Funkstreife Isar 12 Folge Taxi um Mitternacht 1963 Alle meine Tiere Folge Der Urlaub 1964 6 Stunden Angst 1964 Das Kriminalmuseum Folge Tödliches Schach 1966 Raumpatrouille Teil Die Hüter des Gesetzes 1966 Kommissar Freitag Folge 100stel Blende 8 1967 Das Kriminalmuseum Folge Die Telefonnummer 1967 Der dritte Handschuh 1967 Die Schule der Frauen 1970 Die Helena des Euripides 1975 Tatort Urlaubsmord 1979 Polizeiinspektion 1 1980 Derek 1984 Polizeiinspektion 1 Hörspiele 1947 Otto Brandt Besuch aus dem Jenseits Regie Oskar Nitschke 1950 Wolfgang Lohmeier Arzt wieder das Gesetz Regie Paul Land 1950 Albert Camus Belagerungszustand Regie Erich Fritz Brückelmeier